Im Jahr 2012 ist es soweit. Die Erde wird vernichtet werden. Reserviert euch die Karte für das Raumschiff. Habt ihr schon gehört, was Till da passiert ist? Ihr Laden wurde ausgeraubt, die ganzen Klunkern geklaut. Wäre ich der Räuber gewesen, ich hätte sie nicht beklaut, ich hätte sie vergewaltigt. Da werde ich euch mal zeigen, was ein richtiger Porno ist.